Heute ist der 5. November und wir sehen hier kleine Zebra-Bärblinge, die ein tolles Leuchtband in der Mitte haben. Es sind die Nachkommen der Eltern aus Indien, die ich schon einmal vorgestellt habe. Es ist was ganz Tolles, wenn man die Leuchtkraft anschaut, fast wie blau in Neon. Also es ist wunderschön und man sieht schon bei Einzelnen, dass sie sich zu Zebra-Bärblingen umfärben. Es ist ganz entspannend, denen zuzuschauen, wirklich wahnsinnig beruhigend, ganz tolle Fische.